Was durch das Universum bestimmt ist, Dein zu sein, wird seinen Weg zu Dir finden. Martin Luther King sagte einst, geh den ersten Schritt im Vertrauen. Du brauchst nicht den ganzen Weg zu sehen, mach einfach nur den ersten Schritt. Zugegeben, es ist nicht immer leicht, ein bewusstes Leben voller Vertrauen und Zuversicht zu führen. Eigentlich schwankt jeder Mensch permanent wie ein Pendel hin und her zwischen Gott oder Urvertrauen und der totalen Kontrolle über sein Leben und dessen Entwicklung. Wer felsenfest davon überzeugt sein kann, dass das Leben ein Geschenk ist und wir größtmögliche Freude daran haben sollen, wird sich zwischendurch leichter damit tun, ein wenig die Kontrolle aus der Hand zu geben. Wer leichten Herzens zu Gott oder dem Universum sagen kann, bitte mach mal einfach, hat im Leben einen unschätzbaren Vorteil. Eine Ebene von Spiritualität zu erreichen, auf der es uns vorbehaltlos möglich ist, alle Wünsche und Ängste, eine Etage höher zu deponieren mit der Bitte um Bearbeitung, grenzt schon fast an Erleuchtung. Wer hingegen an gar nichts glauben kann und sein Leben als gleichförmige, lineare Einbahnstraße Richtung Tod sieht, wird immer im Kampfmodus und mit geballten Fäusten seine Agenda durchdrücken wollen. Wer das Leben als endlich sieht, ist einem enormen Druck ausgesetzt, möglichst viel daraus zu machen. Die Man-liebt-nur-einmal-Mentalität bringt Menschen dazu, ihre gesamte Energie darauf zu verwenden, dem Schicksal ihren Willen aufzuzwingen und ihr fest vorgegebenes Programm nach allen Regeln der Kunst zu forcieren. Sie stolpern atemlos von einem vermeintlichen Erfolgserlebnis zum nächsten und verpassen dabei das Wichtigste, die Freude und das Glück. Wer hingegen daran glauben kann, dass wir alles, alles im Leben bekommen werden, was für uns bestimmt ist, kann sich zurücklehnen und die höheren Mächte einfach ihren Job machen lassen. Für all jene unter uns, die immer noch unentschlossen sind, ob Loslassen oder Kontrolle zu einem erfüllten Leben führt, gibt es einen hervorragenden Mittelweg. Mit den folgenden Tipps wird es dir leichter fallen, an deine Bestimmung zu glauben und trotzdem das Heft nicht völlig aus der Hand zu geben. Nummer 1 Sehen heißt glauben Die gesamte milliardenschwere Werbeindustrie hat ihren Erfolg einer einzigen völlig unspektakulären Erkenntnis zu verdanken. Menschen wissen erst, was sie wollen, wenn sie es sehen. Wenn wir uns unser Leben wie eine endlose Einkaufstour mit unlimitierter Kreditkarte vorstellen, kann man schon mal die Übersicht verlieren. Es spricht daher nichts dagegen, dir eine Art Shoppingliste zu erstellen von den Dingen, die du gerne haben oder erleben möchtest. Es gibt mehrere Möglichkeiten, deine Wünsche in eine sichtbare Form zu bringen. Wenn du eher der sachliche Typ bist, erstelle eine klassische Liste. Versuche dabei, alles, was du dir vom Schicksal wünschst, so präzise wie möglich zu beschreiben. Nicht der Teufel steckt nämlich im Detail. Gott und das Universum sind auch recht detailverliebt, was schon so mancher leidvoll erfahren musste. Wenn du ein kreativer Typ bist, male ein Bild mit all den Dingen und Situationen, die dein geistiges Auge schon erblicken kann. Und last but not least hat sich ein Moodboard als hervorragende Möglichkeit der Visualisierung erwiesen. Du kannst dafür eine Magnettafel oder einen Flipchart verwenden. Im Prinzip reicht ein großes Blatt Papier oder die Rückseite von einem ausrangierten Bild. Wichtig ist, dass du es nach deiner Fertigstellung gut sichtbar an deiner Wohnung aufhängen und immer wieder erweitern kannst. Klebe Bilder von deinem Traumhaus darauf, wenn es das ist, was du dir wünschst. Sehnst du dich nach Liebe, wähle Bilder, die deinem Gefühl am ehesten entsprechen. Das führst du so lange und so detailliert wie möglich fort, bis du ein klares Bild im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen hast von all dem, was du dir vom Schicksal erbeten willst. Das wichtigste Detail jeder dieser Methoden ist ein gut sichtbares Danke. Es steht dafür, dass du vollstes Vertrauen in die höheren Mächte hast, dass dein Wunsch bereits gewährt wurde. Nummer 2 Übung macht dir oder den Meister Wenn deine Wünsche einmal Gestalt angenommen haben, musst du ihre Realisierung ein wenig üben. Das klingt kindisch und leicht esoterisch angehaucht, ist aber eine simple Tatsache. Die Wirksamkeit der meisten Dinge in unserem Alltag besteht aus deren routinemäßiger Wiederholung. Das beginnt bei so banalen Tätigkeiten wie dem Zähneputzen und hört beim Erlernen eines Musikinstruments oder beim Antrainieren eines stahlharten Sixpacks im Fitnessstudio auf. Versuche also so oft wie möglich, deine Wünsche im Geiste zum Leben zu erwecken und vor allem das Gefühl zu erahnen, das ihre Erfüllung in dir auslöst. Stelle dir das unbeschreiblich schöne Gefühl vor, wenn dein Lebensmensch zum ersten Mal nach deiner Hand greift. Atme die frische Meeresbrise ein, wenn du am Strand in deinem Traumurlaub angekommen bist. Überlege dir eine gute Garderobe für den Job, den du dir so sehnlich wünschst. Arbeite täglich an deinem ganz persönlichen Feld der Träume. Wenn es bereit ist, wird dein Wunsch in Erfüllung gehen. Nummer 3 Sein und Haben Wer Menschen und Dinge in sein Leben ziehen möchte, muss erst einmal den Ist-Zustand erheben und vor allem eines sein. Dankbar Niemand hat keinen Grund zur Dankbarkeit. So viel steht fest. Wir leben in einem sicheren Land und haben ein Dach über dem Kopf. Wir haben ein Einkommen und sind bereits jetzt schon mit Menschen gesegnet, die unser Leben bereichern. Erst wer erkennt, was er schon hat, kann bekommen, was er sich wünscht. Praktiziere ein tägliches Ritual der Dankbarkeit. Sie ist das beste Fundament, um die Zukunft darauf aufzubauen. Nummer 4 Ausrede in Arbeit Es stimmt, dass Menschen, Umstände und Dinge auf jeden Fall ihren Weg zu uns finden werden, wenn sie uns bestimmt sind. Mit Gewalt dafür oder dagegen zu arbeiten, bringt allerdings nichts. Der Königsweg liegt irgendwo in der Mitte. Wer weiß, was er möchte, muss schauen, dass er es bekommt. Ein neuer Job wird vielleicht im übertragenen Sinne vom Himmel fallen, im Tatsächlichen wird es ratsam sein, die Stellenanzeigen zu sichten und Bewerbungen zu verschicken. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Und auch das Universum weiß Fleiß und Motivation durchaus zu schätzen. Verfolge deine Ziele also ruhig beharrlich, jedoch nicht, indem du gegen Widerstände ankämpfst, du dich unlauterer Methoden oder ruinöser Ellbogentechniken bedienst. Der einfache Weg ist der richtige. Glauben ist keine einfache Sache. Viele Menschen scheitern ihr Leben lang daran. Manche haben irgendwann eine Art Erweckungserlebnis oder wissen es einfach. Du kannst selbst sehr viel dazu beitragen, dass deine Bestimmung sich erfüllt. Die Macht des positiven Denkens ist dabei sehr wichtig, aber eben auch zu erkennen, wenn man selbst aktiv werden und wenn man das Rudervolk rübergehend in kompetentere Hände übergeben muss. All diese Erkenntnisse sind nicht neu. Es gibt zum Beispiel gleich zwei Bibelstellen, die genau das eben Ausgeführte wiedergeben. Aber auch sämtliche andere Kulturkreise und Religionen wissen um die Kraft des Gebets, der Meditation und der positiven Affirmation. Buddha lehrt uns, alles was wir sind, ist ein Resultat dessen, was wir gedacht haben. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gerne einen Daumen nach oben, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt und aktiviere die kleine Glocke. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald!